Ich darf Sie schon mal hier begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend hier bei MyPathfinder. Wir freuen uns, dass Sie heute uns begleiten und Sie sehen aus dem Nichts tauchen meine Kollegen auf, die heute diesen Abend mit Ihnen zusammen verbringen. Kathrin Seemann, die Sie heute eben in den Frühling führen wird, und zwar fit in den Frühling führen wird. Und ich hoffe, dass unsere Veranstaltung ebenso fit läuft, dank Urs Schlegel, der in bewährter Manier aus der Schweiz unsere Technik betreibt. So sehen Sie hier das Grundteam von MyPathfinder. Wir sind ein Zusammenschluss von Spezialisten, die sich um Gesundheit kümmern. Und wir werden ab jetzt wieder, wie wir schon vor zwei Jahren haben, sie alle vier Wochen mit neuen Themen durch den Ideenwald führen und schauen, dass sie wirklich fit in alle Jahreszeiten kommen, immer wieder mit interessanten Themen. Liebe Kathrin, du bist heute diejenige, die den Reigen der verschiedenen Sprechstunden eröffnen wird. Wenn du einfach mal ein bisschen was zu deiner Person erzählst, zum Naturzentrum Freital, da geht, was wir heute Abend machen und dann fangen wir mal langsam an. Also, schieß mal los. Erzähl ein bisschen was, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Erzähl ein bisschen was, damit wir uns zu tun haben. Erzähl ein bisschen was, damit wir uns zu tun haben.